Was ist das? Oh mein Gott! Vorsicht! Das ist überall Leichen! Überall Zombies! Heyo und herzlich willkommen zu ner neuen Runde Garry's Mod Trouble in Terrorist Town Wie so oft steigen wir direkt im Spiel ein Ich wünsche euch viel Spaß! Ich muss ja gar nicht Ich hab ne Shotgun! Und ne Glock! Ich bin beim Detective aber ich hab keine Waffe Wo ist wenn denn die Maps speichern? Ich will die Bank ausrauben! Ich hab ne Rifle gefunden! Ja nein! Hallo! Kannst du gewesen sein ich war draußen Wo ist wenn die Maps denn speichern? In äh Steam Apps warte mal Steam Apps kommen an Oh Frauen Toilette Alter geil! Hallo! Ich hab so'n Drang Ich hab erstmal ne Deagle ausgeschissen Ok wenn ich jetzt sterbe Ey guck mal ich hab grad erstmal ne Deagle ausgeschissen Die Männer Toilette ist abgekommen Wenn du ne Waffe willst da ist ne Deagle drin Äh eh nein nein ich will raus Wieso ist die Tür zugegangen? Warte ich versuch's auszumachen In der Mitte in der Mitte ist die Tür zugegangen Jetzt fahr ich wieder hoch Neonymen bist du AP? Ohje Nein 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 Das ist raus Aber hat es irgendwie seine Boxen ab Es ist gewittert hier, da bebt alles. Ja. Ah, okay, ich hab anscheinend nicht gespeichert. Ah, er geht sich da hoch. Das ist aber interessant. Bobby! Hallo? Wer hat da geschossen? Hallo? Hallo? Neo ist innocent. Ja, ja. Neo ist ein Traitor. Alter, ich hab nur ne Crowbar. Aus sicheren Quellen weiß ich, dass Tobi ein Traitor ist. Äh, was? Nein, mach nicht. Lass es. Das hat nichts damit zu tun. Neo ist es. Neo ist es. Ah, du schießt auf mich, er ist es A. Ich bin nicht mal da. Als Kläger hört du das aus. Tut leid. Nein, Lukas, lass es doch. Wir sind in der Frauentoilette, raus hier! Außer aus der Frauentoilette! Ha! Ich war der Einzige, der noch flirrt. Ja, du weißt. Guck mal, man kann auf den... Nein, lass es doch. Ich bin wilder Innozent. Ich bin innutzend. Inno... Ich bin Innozentriker. Architekt. Ich kann mir nicht rein. Ach, die Tür zu. Ach, die Tür zu. Guck sie mir da aufzunehmen? Kann ich mir so ne... Ach, ja, tot. Ich würde gerne so ne... Geil. Ich suche das Chefbüro. Ich vertraue mich. Ich vertraue mich. Ja, du... Ja, du hast mal geguckt. Ja, du sagst, du hast es dann im Kläter will gewährst. Ach so, ach so, okay. Du bist da gestanden. Ich wollte nicht. Ohne Scheiß. Ich gehe weg von mir. Warum ist der... Warum ist der... Warum ist der... Warum ist der... Was ist das denn? Fucking Huhn. Oh, komm mal mit, Dete. Ich hab den Schlüssel gefunden. Ich hab den Schlüssel gefunden. Komm mit. Ich hab keine Waffe in der Hand. Ey, du hast eine Pizza in der Hand. Nein, das ist keine Pizza. Das ist ein Schlüssel. Oh, oh. Hier ist... Möcht mich hier keiner mitnehmen? Nein, nein, nicht der. Nicht der. Hier drin ist er. Hallo. Der Sky. Der Sky. Der Sky. Der Sky. Der Sky schießt. Da ist er. Der Detective ist es. Der ist... Ey, während ihr nach oben seid... Alter, Alter, Alter. Scheiße. Oh, Ammo. Oh, Ammo. Nein. Alter, der ist ja in Trisor unten im Keller. Voll geil. Oh mein Gott. Oh. Ja. Das ist so gut. Mann. Scheiße. Tobi ist eigentlich mal am anderen Ende der Map. Tobi. Kann ich den da oben dran hängen? Übrigens, da hinten liegt auch noch einer. Ach so. So. Jetzt kriegt ihr eine Überraschung, wenn Tobi die Tür aufmacht, ja? Da hinten liegt noch einer. In der anderen Ecke. Da. Ja. Wo Julian gerade vorbeigelaufen ist. Was? Da hinten in der Ecke. Links vom Eingang. Da. Keinen Platz mehr für den. Jetzt. Er hat noch Zuckungen. Guck. Seine Nerven arbeiten noch ein bisschen. Was ist jetzt hier los? Ich bin ein Stuhlgang. Ach. Wieso ist da keine Muni drin? Scheiße. Oh mein Gott. Tobi ist mein A. Alter. Ach man. Wie kann man das noch verkacken? Die Sorte. Warum? Ich hab wieder nur die schwule Pistol. Ich auch. Bis jetzt. Und ich hab ne Rifle. Oh. Ist ein Aufzug. In der letzten Runde. Oh Gott. Ich werd sterben. Ein wenig von der M16. Überzeugt worden. Ich werd sterben. Ich werd sterben. Hier ist ein Aufzug. Ich bin Deta. Quest. Dritte Runde. Inno. Achso. Ich bin beim Deta. Ach. Wo macht man das Ding an? Sky. Ja. Bist du Inno? Bist du Inno? Ich bin Inno. Selbstverständlich. Ich bin auch Inno. Ich bin bei Aero. Aero ist einfach an mir vorbeigelaufen. Ja. Ich hab dich gesehen und hab dir einfach mal vertraut. Vertraut. Hallo. Ich will den Tresor aufmachen. Dike. Dike. Ich hab den Schlüssel. Dike komm wir machen den Tresor auf. Ja keine Ahnung wie das passt. Dike warte. Du brauchst nen Schlüssel dafür. Ich hab den. Zeig den Schlüssel. Ich hab keinen Schlüssel. Jetzt hast du auch. Jetzt komm ich. Warte. Der Schlüssel ist oben. Fahr mir einfach hinterher. Ich warte unten. Der Schlüssel ist unten im Büro. Nimmst du mich an? Wer endet wen an? Hallo. Weg 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 weg. Ah Ace. Nein komm mit. Sky komm mit. Ich hab den Schlüssel. Nein. Jetzt hab ich gedrückt. Oh check fest. Scheiße. Der Aufzug hat nicht. Jens. Aka Julian. Hör auf zu zielen. Ich ziel nicht. Was wackelt hier so? Julian ist es? Ich bin es nicht. Julian ist es? Oh Gott. Ich bin heute euer Aufzugsboy. Alle mal rein spaziert. Ja der nächste wieder auf. Ja genau. Jetzt gehts abwärts. Oh Gott. Wird sterben. Und wenn einer Traitor hier in dem Aufzug ist, das wird eigentlich nicht gut. Also ich hab die Pumpe. Ich hab jeden Vorteil. Ich hab die Pumpe. Alles mal aufzu. Alles mal aufzu. Alles mal aufzu. Also der Lake. Der Sky. Der Lay. Der Trug ihn und ich. Mit Julien. Ich geh nicht als erstes. Oh Gott. Dann übernimm ich mal den Pumpe. Und Rennesor ist. Rennesor. Rennesor. Der Tresor ist offen. Oh mein Gott. Ich bin sie. Ich bin sie. Ich hab's nicht. Granaten. Granaten. Raus 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 raus. Boah. Boah. Nein. Alter. Was ist da drin los? Boah. Das ganze Geld brennt. Scheiße. Ich werde verbrennen. Die dummen Hure. Bitte kannst du bitte. Kann man bitte eine Heal Station machen. Sky wo willst du hin? Ich bleib hier hinten. Sky. Geil und Neo. Das ist mal sehen von dich, dass du hier zusammenstehst. Ich tue jetzt einen Traitor. Moment. So. Alter was? Ich hab ihn nicht erschossen. Aber er hat auch das Heuer auf mich zuerst eröffnet. Er hat zuerst geschossen. Er war aber inno. Da kommt der Ero. Ich hab bisschen Angst, wenn da alle stehen. Nein, ich schieße doch nicht auf mich. Du schießt auf mich. Alter. Oh mein Gott. Schieß auf mich. Jetzt hast du die Heal Station gemacht. Jetzt wo ich tot bin. Dankeschön. Ach du Granate. Oh mein Gott. Geil gemacht. Oh. Da hab ich gesagt, das ist ein Tirithin Traitor. Draußen ist der Traitor. Draußen ist der Traitor. Hehehehehe. Beide Traitor. Ich wusste was. Immer Scansi. Ja sehr schön. Ich hab nicht gedacht, dass es Scansi ist. Dafür Waffen werden. Ne. Da sind die ganzen Waffen. Ja schönen guten Tag. Ach stimmt. Ich hab Tobi gekillt. Ach sie wollen Geld. Kein Problem. Ich komme. Wie viel Geld möchten sie denn? Schon aus. Ja ich hätt gern 10.000 Euro bitte. Von unserem Konto oder von ihrem. Genau. Boah. Wieso liegen hier irgendwo Waffen? Ist doch scheiße. Von unserem Konto oder von ihrem Konto? Ja von euern natürlich. Okay. Ich bin beim Detektiv. Innocent. Ich bin nicht mehr beim Detektiv. Ich bin nicht mehr beim Detektiv. Ich bin keine Waffe. Alter Alter Alter. Ich hab's noch. Ich bin. Ich bin. Inno. Hier liegt ne Leiche unten. Sky ist tot. Julian steht davor. Ja. Ich hab aber keine Waffe. Immer noch. Also ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Wenn ich mich umdrehe dann. Das eins was ich hab ist ne Instant Diary Grenade. Mehr hab ich nicht. Ja. Damit kannst du Leute töten. Ich hab ne Leiche gefunden. Sky ist es. Sky ist es. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh mein Gott. Kann man nur so schlecht sein. Sky hat alle getötet Ero. Was ist hier los? Du willst dich verraschen. Hahaha. Hahaha. Was ist die jetzt los? Erdbeben. Hahaha. Was ist hier denn? Oh mein Gott. Das ist voll low live. Hahaha. Hahaha. Wassicht. Das ist über Leichen! Über Zombies! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein Leben ist scheiße! Ich finde dieses Pre... 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 Preparing! Bitte nicht, ich bin voll mit Schoki! Alter, mach doch kein Ring! Wow! Alter! Oh, geht das Ding nicht auf? Oh, kommt zurück! Ah, ich bin so dumm! Jetzt geht's auf! Sehr schön! Michi wein! Sagt er und hat vollkommen recht! Hallo, Scan-Zie-Fiest! Ich bin bei Aero! Der Scan-Zie-Fiest! Ich bin hinter Aero! Oh, Alter! Der Ecker! Hinter mir! Detektiv! Ey, ich sterbe! Es ist Eero! Oh, alle hier! Oh, hier gibt's Munition! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ja! Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Trader Es ist dunkel drauf Heute war es weiter schön Ich bin Doofi Darf ich mir den Ausweis sehen? Ja äh ich hab den gerade hier nicht in meiner Tasche Lass mal ein Save gehen alle Lass mal alle in Save gehen Gensi warte Gensi Wir wollen jetzt alle mal da reingehen Es sieht echt aus wie eine Pizzaschachtel Das ist kein Pizzaschachtel, guck da ist ein super CD-Key Ob das noch normale Diskette ist oder ob das ein bisschen größer ist Das ist hier so, sieht aus wie eine Grafik Da ist ne Bombe drin Grünes Krabbel Geil, geil Alter Ich wollte sie doch nur entschärfen Junge Alter Neo hast du mich erschossen, Neo Ernsthaft Wen hatte ich durch die Bombe alles auf meinem Gewissen Bist du? Als Innocent Ich hab mich selbst bloß geopfert Um mir eine Bombe zu defusen Ich bin der Reizwilmer Boah Das Böse von mir Ich bin der Fisch Boah, jetzt mach mal die verfickte Tür auf hier Alter, nur einer drückt jetzt So Okay, komm mach auf, der Das Kanzi macht auf Das Kanzi kann's nicht Jetzt mach die Scheiß Tür auf Ich bin der Traitor Also wenn da steht Innozent Bin ich denn gut oder böse? Böser Böser Du bist nicht ein böser, guter Mensch Ero Ero Ja 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 ja, hallo Hallo Hälst du deine unsichtbare Waffe? Ja Gekackt. Oh ja, so einen richtigen Männerhaufen, Männerklobaffen, ja. Oh, warte mal, warte mal. Da ist der Neo. Da ist der Neo. Da ist der Neo. Uiuiui. Hat jemand eine Waffe für mich? Ich hab nichts. Wo denn? Hat die Klingel hier Mittagpause vorbei. Hier alle an ihrem Computer. Oh, hallo. Ero schießt Computer ab. Ero schießt. Ero schießt. Ero schießt. Ero schießt. Julian ist. Julian ist. Ich hab noch nicht meine Waffe. Wo ist er? Da. Sehr schön. Boah, ich hab noch nicht meine Waffe. Julian ist es. Wieso soll ich denn sein? Ich hab noch nicht meine Waffe. Wieso soll ich denn sein? Boah, ich glaub ich hab das. Likes. 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 Ich weiß nicht wo ich bin. Ich bin hier draußen. So ein Scherz. Keine Ahnung. Oh, der Scherz. Welcher Bankangestellte spielte Counter-Strike Source während der Arbeit? Ich bin zwar in der Bankangestellte. Einer der Steam drauf hat und Splinter Cell ist glaub ich auch installiert. Mhm. Also wir haben durchaus schon mal Countless-Rekinierer auf der Arbeit. Also wir sehen mal mit der Eile Bank. Bankangestellte machen Stunz und Let's Play Together immer jeden Tag. Die spielen doch eher Payday oder nicht. Die spielen doch eher Payday oder nicht. Die spielen doch eher Payday oder nicht. Haben sie den Schlüssel mit. Mh. 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 auch jetzt will ich komme ich auch muss um ein Jahr da kommt das was wir jetzt wieder zu hoch der Kopp von hinten will ich mir allein sein ich will die Sofiefe es sind ja auch bei Julien hier und bei Julien du bist auch eine bis diese Runde die ganz ehrlich normalen die ganze Zeit in den die Sitz der ruhig das stimmt überhaupt das stimmt das ist auch mein Traitor-Kollegas kollega und kollega wochen vor wo ist denn eigentlich der detektiv im tresor im tresor eingesperrt kann man den hier einsperren das war geil das war ohne Quark hat alle Waffen der Welt aber kann sie nicht bloßen Alter wo ist Julien der holt sich jetzt heimlich die Waffen klar ich hoffe einfach nur im Kreis wenn wir alles im Kreis haben was willst du von mir geht nicht also bei mir hat Ero ein rotes Fadenkreuz ich glaub der ist ein Traitor ich glaube nicht ach ich bin ja tot also ich hätte die ganze Zeit Scansy erschießen können aber ich hab's nicht gemacht ich hätte dich die ganze Zeit erschießen können Tobi ich hätte dich die ganze Zeit erschießen können was fliegt hier für eine neue hier rum das ist dein Freund wer lebt da noch alles außer uns ich bleib jetzt bei Neo dem Vorgang zu mir Leicht sind wir in der Reihe von Neo ich bin dafür dass wir Jens töten ja wieso denn ich bin unschuldig ich hab's echt im Gefühl echt wir hatten ihn eben auch seltsam angeguckt der ist schön weit weggegangen und hat mich dann angeguckt mit seiner Sniper als würde er mich vapen wollen ja das ist sowieso ja das ist sowieso er hat das echt abfuckt ja wieso soll ich jetzt gleich noch einen Sniper nehmen warum nicht um uns zu treuen klar was bringt das ich hab ne Bombe gehört ich hab ne Bombe gehört Ero ist Ero? was zum ne 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 ich bin es nicht ist low verdächtig wo ist ein Ero überhaupt wo ist ein Ero überhaupt wo ist ein Ero überhaupt bei mir leckt es ah ne das war nur hatte ich auch grad da war ein bisschen bad die Wunde da war jetzt gerade da ist grad irgendwas explodiert wenn ich wenigstens sehen wollte wie die alle im Keller hocken ich wundere mich dass ich keinen finde ey wer hat eigentlich den Aufzug gestrottet grad irgendein C4 oder so waren wohl mehr als 5 Leute drin also also Jungs für euch es ist nicht warte es ist nicht Sky und es ist nicht Ero genau aber alle anderen sind es alle anderen sind es Theo ist jetzt auch tot wer hat den ist auch von der Bombe Alter die Sniper ist so wer war's? äh Alter Julian ich wusste es ey ich wusste es weil er war diese Runde extrem ruhig ich bin immer extrem ruhig nein ne 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 ein Sekunden der haupt mich. Ich bin inuzen. Ja wie schön ich bin mal wieder die. Wer schießt ihr schon? Neo? Neo, ich bin ein Traitor. Hier ist der Lake. Der ist Gansi. Nein nein nein. Hat man auch hier durch die Gegend gepackt. Nein, das kann nicht sein. Was willst du dir Neo? Ich habe geschossen. Ja diesmal bist du, guck mal, du redest wieder viel, d.h. du bist innocent. Alter! Aua, dann wirft deine Sachen. Mann, warum kann ich noch mehrere Headstakes und gute Tage mehr her? Ero ist es! Ero, 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 Jungs! Was ist Ero? Seh Ero dann! Oh mein Gott! Ich auch nicht. Was ist denn da, Alter? Die Tausend? Wo sind die? Ero? 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 Erotik. Ero hat mich fast tot gemacht. Ich versteck mich nicht mit dir. Ich glaub, es ist Neon, weil der ist immer richtig schön auf seinem Vordermann drauf und wird ihn gleich erschießen. Wer sagt denn, dass du es jetzt nicht sofort machst? Warum sollte ich? Ich bin innocent. Naja. In dem Ton, wie du das gesagt hast. Ich hab Ero getötet. Ja, ich hätte dich eben locker hier den ganzen Gang umbringen. Was sagt ihr dazu? Ja, hättest du. Ich hab irgendwo ne Message gesehen, Radio kann man anmachen, aber ich weiß nicht wo das war. Hier aufm Radio und E drücken. Herr Detektiv. Welches Radio? Ich höre Radio. Lass mich. Ich bin beim Detektiv und höre Radio. HR4. Jetzt keine Wärme von sich. Oh yeah. Ey, 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 ey. Was schießt? Das macht mein Speedcar. Nicht auf jeden. Was? 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 Es geht nicht kaputt. Hey, Tetele. NEO schießt, NEO schießt, NEO schießt. Achso, es war der Detektiv. NEO schießt auf mich, NEO schießt auf mich. Ich habe doch gesagt, es ist NEO. Alter, Mensch. Jetzt bist du denn nicht. Ich bin, Scheiße. Ich hab mein ganzes Mann verziehen im Rücken von dem Detective, aber... Er ist gleich grade einfach alle umgeschossen. Ich habe noch ein Zeug geschaut.